Hallo ihr Lieben, ich bin die Soraya, bin 23 Jahre alt und das hier ist mein erstes YouTube Video. Ich bin Make-up Artist, habe meine Ausbildung in Düsseldorf in der Make-up Art Academy bei David Grenda abgeschlossen und dachte mir, machst du dir mal heute ein YouTube Video. Die Inspiration dafür habe ich von der Chrissy bekommen, die euch bekannt ist wie Chrissy Cosmetics, die ihre eigenen Tutorials hat und ja, sie hat mich eigentlich dazu ermutigt, dass ich das mache. Ich muss sagen, ich habe davor immer mit Fotografen gearbeitet, aber das ist ein bisschen runtergekommen, weil ich da leider keine Zeit mehr dafür hatte und ja, da dachte ich mir, ist das eine gute Alternative, wenn ich nebenbei als Make-up Artist auf YouTube mein Talent beweisen kann. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Ermutigt mich, pusht mich, ich bin noch in der Hinsicht ein bisschen, wie soll ich sagen, und es ist alles noch Neuland für mich, diese Videos zu drehen und man merkt auch, dass ich ein wenig nervös rüberkomme. Aber ich hoffe, dass es in der laufenden Zeit immer ein bisschen ändern wird, im Laufe der Zeit. Ihr merkt, ich bin total irgendwie sehr nervös und habe schon voll die Sprachbehinderung. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben an meinen Videos und ich freue mich sehr über Feedbacks von euch und sage auf diesem Wege erstmal Tschüss und Tschüss. Ja, Tschüss.